Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Costume-Zombie-Map-Neighborhood und mit dabei Reaper-Zombie, Mystery-Massaker und Black City. Guten Tag, Jungs. Hallo. Ja, die Map ist... Achso, ich habe Finn gesagt, ich verspreche ihm, dass ich sage, dass er krank ist. Finn ist heute krank und er ist trotzdem dabei. Toi, toi, toi. Danke dafür. Ja, Neighborhood ist eine ziemlich geile Karte. Wir haben die gestern gezockt mit Nico, mit der Nico und Reaper war auch schon dabei. Okay. Und ja, irgendwie war die Aufnahme fail. Es war alles viel, viel zu dunkel. Ich konnte es bei Sony Vegas auch nicht irgendwie retten, nicht heller machen und so. Und deshalb müssen wir das jetzt nochmal zocken und jetzt zocke ich gerade extrem hell. Es ist für mich quasi schon unerträglich, aber das sollten wir jetzt auf jeden Fall hinbekommen. Ja, wir haben aber noch nicht irgendwie das Endgame geschafft, wenn es hier überhaupt ein Endgame gibt. Wir waren schon ein bisschen weit, aber es fehlten noch auf jeden Fall ein paar Schritte. Man hat es gerade gesehen, der Zombie hatte eine Ray-Ban auf. Richtig geil. Ja, und Finn und Robert haben die Map noch nie gesehen. Jo. Ja, Jungs, habt ihr gesehen, hier die Kreidezeichnung mit so blauem Licht und so. Ey, da hast du mal zwei. Ist wie bei... Ich mach mal auf dann. Ah, nee, kann ich gar nicht. Robert, wo hast du das ganze Geld? Hast du ein Geld-Drop? Wie bei... Ja, Mann. Mach mal die Tür auf und mach mal zwei. Genau, mach mal auf da, Robert. Welche denn? Hier, hier unten. Ja, unten. Achso, und die Zombies haben neue Effekte. Also die Karte ist meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich geil. Haben wir 800 Punkte bekommen? Ja, wir haben 800 Punkte bekommen. Oh, nice, das gibt es eigentlich gar nicht. Das gibt es eigentlich gar nicht bei, bei, äh, Worlded War. Die Map ist wirklich so nice. Es gibt ein paar neue Drops. Die werdet ihr auch gleich noch sehen, hoffentlich. Habt ihr die NPL gesehen? Boah, ich hab sie aufgenommen. Was gab's denn noch? Ach ja, hier mit den Zombies, die Körperteile. Ich muss das gleich mal ganz in Ruhe zeigen. Das ist auf jeden Fall neu. Das ist zwar so eine, nur so eine kleine Sache, die eben vielen mit Sicherheit nicht auffällt, aber es ist auf jeden Fall eine Erneuerung und ich find's einfach nur nice. Das sind die kleinen Dinge, ne, die einfach geil sind. Ja. Aber jetzt passt es. Kleinen Dinge im Leben. Hoffentlich krieg ich sie hin. Komm, verlier was. Verlier was. Ah, ich muss mal dafür, glaube ich, die NPL nehmen. Ja, wie sehen denn die Drops aus? Nö, Drops sind ganz normal. Aber dem kommt man jetzt nicht sehen. Ja, du Jungs, ich hab auch so gekauft, ne, nach draußen. Naja, ich hol mir jetzt die NPL, damit ich das zeigen kann. Wie viele neue Drops gibt es? Äh, weiß ich nicht. Ein, glaube ich. Ein oder zwei. Ah, misst an dem konnte man sich auch nicht sehen. An dem zeig ich es jetzt an dem. Jetzt, 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 jetzt. Ja, das ist neu. Man sieht, der, seine Rippen, der ganze Arm ist ab, wirklich der ganze Arm, nicht nur ein Stück. Man sieht nur, ob die Rippen, das ist so nice. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal zum NPL. Und, äh, achte mal, was da steht. Ach ja, genau. Boah, da haben wir auch abgefeiert gestern. Les mal, was da steht. Gut, dass du es gerade sagst, Jan. Ey, wie? Zweimal upgraded? Ja, ja, upgraded, upgraded Ammo kostet 7500. Ach so. Wir haben auch gestern... Wir können zweimal upgraden? Ja, das wissen wir nicht, keine Ahnung. Wir haben gestern zu dritt gespielt und wir waren so weit, dass wir dachten, man braucht vier Leute. Aber das werden wir ja nachher noch herausfinden. Hier ist Jugga. Naja, Jugga, ne? Die Karte ist übelst nice. Und mich stört es eigentlich auch gar nicht, dass Jan und ich die schon gezockt haben, weil wir eigentlich noch gar nicht so weit waren. Na gut, wir hatten alle Häuser auf und so. Jugga. Was ziemlich lustig ist... Das ist jetzt doof. Eigentlich müsste man... Müsste man alles nochmal abgehen, was man gestern gemacht hat. Hier, also hier. Äh, SIS Toilett. Also diese Toilette hier benötigt Power. Ähm, also alle Toiletten in den Gebäuden benötigen Power. Und das werdet ihr noch sehen, warum. Das zeige ich euch dann. Na, das zeige ich dann. Das war einfach... Keine Ahnung. Ah, hier und die Helme auch. Pium! Das war so nice gestern alles. Eigentlich müsste man jetzt starten und so tun, als ob man sie noch nie gezockt hätte. Aber das würde aufhören. Damit ich wirklich nochmal alles zeigen kann. Sonst vergesse ich das. Hier die Helm. Ich denke, ihr werdet das alles sehen. Boah! Aber Jungs, sieht die Karte bei euch extrem dunkel aus. Nein, ne? Ja. Ja, und deshalb wurde ich gestern irgendwie getäuscht. Das sah so hell aus, dass ich dachte, die Aufnahme wird hell genug. Dann wurde es auf einmal doch zu dunkel. Boah, ich brauch eine neue Waffe. Alter, du hast scheißen viel Geld gehabt, ey. Voll nice. Achso, hier gibt es auch nur Black Ops, Black Ops 1 Map, äh, Waffen. Nur Black Ops 1 Waffen. Na gut, die MP40 gibt es auch, die gibt es aber auch bei Black Ops 1. Alter MPK. Ne, MP5K. Naja, hier um die Ecke, ne? Ja, ja. Na. Wo ist die? Da, wo Jugga drin ist, hinterm Haus. Hier ist ein Spielplatz. Boah, die ist groß. Alter, die Map ist aber richtig groß. Ich will den Spielplatz gar nicht sehen, ey. Weißt Bescheid, ne, Jan? Äh, ja. Ich bin doch gestern auf Map gesprungen und, ja, dann war das Spiel vorbei. Roberto, guck mal. Hier hinten Strom. Achso, habt ihr das schon gemacht? Nein, ne? Das ist gut, dass du es noch nicht gemacht hast. Das machen wir gleich alles. Schau. Damit die Leute das auch sehen. Bake, Troll, alles miteinander. Der neue Job kann noch gar nicht, ne? No. Oh, was ist das? Turzbringer. Ah, ich bin ja weggeklaut. Oh. Na, ich dachte immer, die kriegen alle. Nein. Aber nur für die Zuschauer hab ich geklaut. Nein. Das würde ich nicht klauen. Nein. Stirbst du? Ach, nee. 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 Was anderes. Oh, ich bin drin. Oh, Alter. Wie hab ich das geschafft? Hä, hast du dich rausgetappt? Nee, Avira hat sich geöffnet. Drecksprogramm, Alter. Hä? Ihr habt doch immer schon dieses Avira-Programm, denn... Ihr wisst das doch irgendwann. Ja, schön, aber. Oh, wie ich das überlebt hab. Ah, hier ist nochmal eine Nuke. Boom. Jetzt dürften alle tot sein. Immer noch nicht. Zwei Nukes, Alter. Alter, was ist denn das hier? Ich guck mal gerade. Irgendwo der Hebel lag hier. Hier liegt der. Ey, hier ist irgend so eine Tür. Und hier ist Strom. Hä? Äh, Jan, hast du den Hebel schon genommen? No, hab ich nicht. Vielleicht in irgendeinem anderen Haus. Ja gut, der liegt ja nicht immer an derselben Stelle. Also gestern, das muss ich jetzt mal hier für die Zuschauer sagen, lag hier ein Hebel. Der liegt da jetzt aber nicht mehr. Scheiße. Ich hab das andere Haus da aufgetraut. Die Suche nach den Hebeln. Der Hebel. Gucken, ob oben im Waschbecken oder erst ob alles nach der Reihe kommt. Die Map ist nice, Jungs, ohne Scheiß. Ich hab euch echt nicht zu viel versprochen. Die ist wirklich richtig geil. Nein, nein. Das hat gestern so viel Fun gemacht. Wow. Na gut, du rettest ihn. Also hier war jetzt irgendwie kein Hebel. Nee. Ah, ich weiß, wo er sein könnte. Wo denn? Ich folge dir. Holz. Oh, Wolle. Kauft euch mal Muni, oder? Also eine Waffe. Warte, wo waren die AKU? Oh ja. Hinter dem Gebäude, ne? Ja. Na, hier ist die AKU. Kauft euch auf jeden Fall AKU. AKU ist richtig nice. Finn. Ey, lass uns durch. Ja, lass du uns durch. Oh, wie geil ist denn das Feuer? Na, ignorier mich, Hund. Das ist doch offentliche Fenster, ne? Boah. Das ist so nice, die, ne? Leute, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr zwei Hits bekommt, egal wann der dritte Hit kommt, ihr geht sofort down. Das ist normal bei Hunden. Ah, so, okay. Ja, mein Jagger, der dritte, tödlich. Alter, wie geil ist denn das Feuer? Ich habe auch Karten gespielt, eigentlich öfters, wo immer. Boah, wie geil der Kamin. Eigentlich ist es Custom Zombies, wenn ich es noch ganz neu, weil ich überhaupt noch nicht viel Karten gespielt habe. Okay. Sozusagen. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal Quiz. Also, Quiz ist, ne, ziemlich geile Karte. Quiz V2. Ähm, ich such mal den Scheiter jetzt, damit wir hier mal Strom machen. So oder leider. Ja, Holzhaus müsste er auf jeden Fall sein. Boah, hier denkt jemand, das sind die zwei Hunde. Hallo? Ja, hab's auch gar nicht gesehen. Boah, ich suche die Karte. Achso, Jungs, gestern haben wir einen Perk bekommen. Durch Hunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ist, ja. Einen Perk haben wir bekommen. Vom letzten Hund tötet ihr mal. Ey, der ist bei mir, der ist bei mir. Liegt da ein Perk? Nö, da liegt gar nichts. Siehst du? Hey. Die anderen lag es daran, dass ich mir das Stakeout gekillt habe, ohne einen Schuss zu verfehlen. Haha. Boah, das liegt da dran. Also, Jungs, man kriegt ein... Wie, kein Max-Emmo? Was? Das war merkwürdig. Also, auf jeden Fall habe ich gestern die Hunde mit der Stakeout getötet, weil ich war der letzte Überlebende, glaube ich. Kann das sein? Ähm. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das kann sein. Wir sind beide manchmal da. Also, ich und Nikos sind ja dann gegangen. Und dann hast du eigentlich die. Ah, da war die Muni. Ja, ich habe einen Zombie gekillt. Achso. Auf jeden Fall habe ich dann Oni Stakeout getötet, die Hunde, und immer getroffen, jeden Schuss. Und dann lag da auf einmal ein Perk. Also haben sie das ein bisschen von da über ist. Das ist vorhin nice. Jungs, ich finde den Schalter nicht, ne? Wenn man Grafikoption hörstellt, fliegt man dann raus. Ne, warum? Nochmal kurz. Guck mal auf dem Spielplatz. Ist das sicher? Ja, weiß ich nicht. Lass mal lieber. Ja, okay. Ich denke nicht, dass man rausfliegt, aber... Ne, warum sollte man eigentlich... Ne, man, warum sollte man... Ne, Quatsch. Du fliegst nicht raus, kannst ruhig machen. Warum auch? Ah, ich weiß nicht. Ich traue mich jetzt nicht. Der Hebel, ey. Ah ja, ich suche ihn auch schon. Ah, das ist doch schön, dass der woanders liegt, weil... Dann ist das doch nochmal hier ein bisschen interessant. Ich weiß, ich glaube, ich kaufe jetzt mal... Anfang Haus, oben auch. Haben wir ja noch nicht. Ach ja. Vielleicht liegt er dort oben. Stimmt. Ah, ich finde die Map übelst nice. Also der hat's wirklich richtig geil, die Map. Oh, fuck. Ich komme. Yo. Werder. Nein. Kann ich die Survival? Nein. Ich hole Finn. Ich hole Finn. Warum, hast du Todbringer? Im Haus auf der Trampel. Ja, habe ich. Und ein, was ist noch anders. Du kannst damit, äh, wiederbleiben. Jo. Nice. Schaffst du. Wir schießen ja immer noch. Ja, ja, Robert schießt noch. Leute, ein, was ist noch anders. Und zwar, man stirbt nicht nach 45 Sekunden, sondern nach 30. Werder, was schießt du? Mit. Ich schieß einfach so. Schaffst du mal. Na, hier ist der Teddy. Ich finde den Hebel nicht, ne? Boah. Roberto, lass mich hier rausgehen. Aber jetzt lass mal dann einen am Leben, dass wir den hier besuchen, weil, sonst werden die Runden noch höher. Oh, äh, töte. Nein. Jungs, ich renne da nicht ins Haus rein, Alter. Ja, das ist gefährlich ins Haus rein, rennen unter der Runde ist scheiße. Jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat. Gut. Ich hole mir Muni, sonst kann ich gar nichts machen. Schuhe mir noch kurz die andere. Jungs, kommt aus dem Haus raus, da bitte. Äh, ich gehe raus, Roberto. Zu gefährlich, zu gefährlich. Zu gefährlich. Da unten die Treppe runter. Raus. Oh mein Gott. Nee, der kommt zu weit, so ein bisschen. Oh mein Gott. Dann lauf die Scheiße während der Runde. Okay, ich bin draußen. Was ist die Scheiße? Im Haus sein. Sich im Haus aufhören. Oh ja, ich sie's gerade, ich sie's gerade. Wow. Die Map ist so geil, ich feier die so. Oh, das neue Perk. Äh, das neue Drop, meine ich. Pass auf, die Zombies auch. Der neue Drop. Guck mal, wie die Zombies aussehen. Ja, die, die stinken so quasi. Ja, ja, die können nicht mehr, können nicht mehr schnell rennen. Guck mal, da unten das Zeichen lang. Das heißt, und hör mal die Mucke. Alle Ruhe. Geil, ne? Noch ein neues. Oh, wie. Was ist denn neues? Alter, ich hab gerade nur Geld bekommen. Naja, es war Geld. Aber Achtung, du kannst Geld auch verlieren. Alter, Kevin, wo der Schalter war. Wo war er? An deinem Lieblingsort. Sag mal. Ja, rat mal, wo dein Lieblingsort ist. Nimm mal noch nicht auf, Roberto. Ah. Rat mal, wo dein Lieblingsort ist. Ach so, jetzt bin ich ihm gerade gefolgt. Hä, mein Lieblingsort? Ich werde auf dem Spielplatz. Ja. Spielplatz. Ne, echt, ich hab doch aufgekauft. Warte, ich will es mal sehen. Ne, ne, ne. Ey, ich auch auf dem Spielplatz. Ne, obendrauf. Ja. Quatsch, Alter. Oh, wie geil es auf dem Spielplatz ist. Doch, man kann hier runterrücken. Oh, da ist er. Ich nehm ihn, ne? Juhu. So, guck mal, er wird mir rechts angezeigt. Und Jungs, hört mir ganz kurz zu, bitte. Alle zuhören. Hier nicht drüber springen, bitte. Tut mir den Gefallen. Worüber? Hier. Komme? Nicht da über den Zaun springen. Okay. Out of Map, ne? Oder wie? Naja, da bist du out of Map und so bin ich dann gestern. Ja, das war unglücklich alles. Die beiden waren noch in der Map, Nico und Reaper. Sind dann down gegangen, ich hatte null Muni und war dann da eingesperrt. Und hab versucht noch, die Zombies zu messern, Alter. Aber ich keine Muni hatte. Im Grunde 18 oder so. Ne, wir waren schon weiter. Ja. So, hier den Scheiterer anbauen, aktivieren und dann öffnet sich diese Tür. Und dann geht's hier unten auf. Strom ist an. Boah, Jagger, Jagger. Okay, machen wir jetzt wieder zu lappen. Jungs, naja, das ist das Geilste, das machen wir gleich, warte. Ähm, was wollte ich sagen, Achtung bei der Perkwahl, ihr könnt nur vier Perks haben. Ich hatte nämlich gestern vier Scheißperks. Weil ich gedacht, man kann sich alle kaufen. Happy. Boah, ich hab Jagger. Ich, uh, ich bin so froh, ich hol dich, ich hol dich, ich hol mir noch Muni, dann hol ich dich. Ja, ich bin noch vier, ganz leer. Achso. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich seh dich schon. Ich seh Jan, ich schütz Jan. Ich schütz dich. Lass runterrutschen. Lass runterrutschen. Oh, die Map ist so nice, man. Ach, hier sind Auto-Turrets. Naja, Geschütze. So, Jungs, lasst mal einen am Leben, bitte. Ganze Zeug aus Black is 1. Hab keine Munition, ne. Hol dir Steak aus. Versuch gleich mal einen Crawler. Hä, wo ist die? Ähm, an der Wand. Ja. Rechts von dir das Haus. Hier, ciao. Da. Wartet, stopp, Vorsicht. Ich mach einen Crawler hier mit dem. Ah, da hinten bei dir sind, bei Finn sind welche. Ich hab eine Granate gebrochen. Lass doch bitte einen am Leben. Ja, will ich ja. So, wir haben einen Crawler. Okay. Und komm her, hier. Crawler nicht töten. Wo bist du? Ach, da in dem Haus. Nee, da. An der Wand. Gut, dann würde ich was machen. So, Jungs, jetzt geht mal zu den Toiletten und gönnt euch. Ich mach's auch. Es ist zu lustig. Ich tue es. Warte, warte, warte. Ich schau auf, ich schau auf. Warte. Hä, du kannst überall machen. Ach, die müssen erst aktiviert werden. Aktiviert mal alle. Ich hab die hier beim Kinahaus. Einer muss noch in Anfangsraum. Äh, Anfangshaus. Ich mach das einfach. Ich hab vier. Na, es gibt noch vier. Es gibt noch vier Häuser. Ich hab vier, weil so eine Wendeltreppe ist. Ja, ja. Ja. So, ich mach jetzt auch. Ja. Wo war denn das Klo? Es ist so geil, Jungs. Echt ohne Scheiß. So, jetzt. Man spürt sich jetzt Klorutter. Und dann ist man an einem Ort. Ah, jetzt grad nicht. Ich muss mich nochmal teleportieren, damit die Leute das sehen. Ich bin bei Kevin. Ja, ja. Teleportier dich weiter. Dann kommst du an Cementas Ort. Wo Cementa ist. Ja, toll. Hab kein Geld. Ah, ich leh. Da ist Cementa. Ah, siehst du? Ey, da ist ein Perk. Ja, schlapp's dir. Ah, nein. Was ist denn damit? Hast du es nicht bekommen? Nein, nein. Das ist doch der neue Drop, wa? Oder was macht das? Ja, lag da ein Perk oder was war da? Ja, so ein Drop. Jungs, ich komm nicht hin. Ich glaub, man kann immer nur einer da hinkommen. Wir teleportieren uns grad die ganze Zeit gleichzeitig. Kann das sein? Nö. Okay. Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hab nur noch 300. Ich komm auch nicht hin. Ehm, jetzt lasst mal bitte einen Schlüssel suchen. Der, wie war das? Wie kam er auf den Schlüssel? Ja, weißt du es noch? Ah, ich weiß es. Ja, ich weiß aber auch, wie wir drauf kamen. Irgendwann, wir haben nämlich gesucht, wie es weitergeht. Wie man zu Punchen kommt. Nee, so war es. Genau. Wir haben geguckt, wie man zum Punchen kommt. Und haben es einfach nicht herausgefunden. Und irgendwann kam Nico auf die Idee, oder du auch, Jan, dass wir uns alle gleichzeitig das Klo runterspülen. Ja, genau. Und dann hab ich einen Schlüssel gefunden und wir dachten, dass wir den Schlüssel dann an so einer Tür benutzen können, die mir davor aufgefallen ist, die ich davor gefunden habe. Ich kann dir mal eben zeigen, die Tür. Ist ja gleich hier. Hier ist die Tür. So, die haben wir versucht mit Granaten aufzukriegen, mit allem Kram haben wir das versucht. Ging nicht. Ja, und dann haben wir irgendwann den Schlüssel gefunden und wussten direkt, dass es dafür ist. Wo ist Juggerlok? Ist die dann aufgegangen, oder wie? Ja, ja, klar. Wo ist Juggerlok? Im Haus, wo die Stakeout dran ist. Ja, ich hab gestern in diesem Bad hier den Schlüssel gefunden, der ist da aber nicht. Hm, ich hab grad jedes Bad durchsucht, kein Schlüssel. Scheiße, dann kann der auch überall liegen. Boah, ist das gemein, ey. Aber ich... Warte mal. Ich glaub, jetzt sagen wir mal noch nach der Außen auf. Ach, hier. So, Boi-Night. Boah, ist das gemein. Ja, gut, dann kümmere ich mich ums Anfangshaus. Ah, hier hatte ich ja schon. Oben nochmal gucken. Ey, und für was sind hier die Dinger hier? Was für Dinger? Ach so. Ne, passt schon. Ey, Finn, wo bist du? Ah, hier, Robert. In so einem Haus. Komm her, komm her. Schieß mal auf den Rad hier dort hinten. Mit einer Stakeout. Jan hatte gestern minus 1700 Punkte, also ihr könntet dieses neue Drop auch... Minuspunkte bekommen, Jungs. Ach so, hast du keine Fernschusswaffe? Also wie zum Beispiel AKU oder so? Leer. Ach so, ja, meine auch. Warte, Granate. Ey, hier ist ja Wasser. Lol. Ah, klappt. Nice. Na ja, hast du schon einmal gegenschießen. Ey, hier kann ich was aufnehmen. Ein Schlüssel. Boah, warte. Ja. Nicht nehmen, nicht nehmen, nicht nehmen. Wo denn? Wo war der denn jetzt? Äh, das ist ganz wichtig, dass ich das, dass ich das, äh... Ne, bei der AKU einfach. Dass die Leute das sehen. Warte, warte, warte. Das sind die AKU. Ach, Zombie, bitte. Nervt mich nicht. Wartet noch. Weil die liegen echt an ganz vielen Stellen. Also, wie gesagt, jetzt, äh... Der Schlüssel kann in dem Waschbecken liegen. Oder dann halt hier jetzt irgendwo. Alter, wie mies ist der denn? Ne, Alter, echt? Hahaha, da drauf. Oh mein Gott, ist das... Ist das gemein. Na, hier ist die Luke jetzt, Jungs. Die Falltür. Wo? Ach, hier. So, und hier standen wir auch die ganze Zeit vor, bis ich dann einfach mal F gedrückt habe. Zack. Was ist das denn? So, und jetzt, keine Ahnung, das Teil kann auch jetzt überliegen. Jetzt brauchen wir, glaube ich, so einen kleinen... Ähm... Warte. Geil, Alter. Ihr kennt doch diese... Bei den meisten Costume-Zombie-Maps, dieses Cleared Bryce, ne? Das ist doch immer an so einem Gerät. So ein Kasten. Das aussieht so wie ein Pad. Äh, das müsst ihr jetzt irgendwo suchen. Ich, äh... Keine Ahnung, wo Nico das gestern gefunden hat. Hat er nicht irgendwie Anfangsjong gesagt? In der Badewanne, hat er gesagt. Irgendwas mit Badewanne. Hm, äh... Ich schau mal im Haus. Aber ich weiß nicht, welche Badewanne er meint. Also hier, ich bin grad im Anfangshaus, da war es nicht. In der Badewanne. Alter, wie geil die Map ist. Die ist richtig nice. Echt ohne Scheiß.